Hallo und herzlich Willkommen zum diesjährigen Junior-Springturnier. Ich hoffe, Sie sind alle sehr gut gelaunt an diesem schönen Samstagmorgen. Und ja, wir werden heute 20 Teilnehmer haben, die uns hier auf unserem Turnierplatz begeistern werden. Nein, Leute, ich werde nicht alle 20 Personen filmen, sondern nur vier. Weiter geht's. Die erste Teilnehmerin ist Clara Müller auf Blitz. Los! Oh, und ein Blitz. Da lang. Und noch ein Fehlerpunkt. Oh, nein. Oh, Mann. Na toll. Das waren zwölf Fehlerpunkte für Clara Müller auf Blitz. Die nächste ist Larissa Neubauer auf ihrem Knappstrupper Macfistu. Komm, mein Schöner. Los! Sie geht schon deutlich schneller an die Sache ran. Hoffentlich wird ihr das nicht zum Verhängnis. Hopp! Gut gemacht. Oje. Ja. Gut. Gut. Jetzt muss sie nur noch durchs Ziel. Das war eine fehlerfreie Runde. Juhu! Von Larissa Neubauer. Entschuldigung, ein Fehler. Auf Macfistu ihrem Knappstrupper hängst. Gut gemacht. Jetzt bitten wir Anna-Maria Kohl auf Sky an den Start. Na, hoffentlich wird das was. Los! Hepp! Komm! Gut. Los, Sky! Nein! Ah! 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 Au! Diese Reiterin wird aus Grund ihres Sturzes disqualifiziert. Jetzt dürfen wir begrüßen Jasmin Langgut auf Hero Dancer, ihrem Trakener. Los, mein Hübscher. Wir sind sowieso die Besten. Hopp jetzt! Umm. Oh, ich muss die Besten. Ich muss die Besten. Hm. 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 Hey. Hero Dancer! Hopp jetzt. Noch eine Verweigerung und sie scheidet aus. Komm schon. Hopp. Sie ist echt grob mit ihrem Pferd. Och Mann, Hero. Blöder Gaul. Das waren alle Teilnehmer. Wir sehen uns in einer Stunde wieder, um Ihnen verkünden zu dürfen, welche Reiterin oder Reiter welchen Platz ergattert hat. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal? Äh, bis in einer Stunde. So, hier sind wir wieder. Erstmal ein Riesen-Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Genau. Fangen wir an mit dem zwanzigsten Platz. Und der fünfzehnte Platz geht an. Kommen wir nun zum zehnten Platz. Ein sehr verdienter zehnter Platz. Und nun kommen wir zum dritten Platz. Diesen belegt Clara Müller auf ihrem Pferd Blitz. Gratulation, meine Liebe. Stell dich bitte rechts von uns hin. Und auf dem vierten Platz, nein, ein Versehen, wir haben schon den zweiten Platz, ist Jasmin Langgut auf Hero Dancer. Hm, du gehörst also auch zu den Losern? Am wenigsten bin ich besser als du. Tja, ich bin noch kein Loser. Ich bin auf dem dritten Platz und ich auf dem zweiten. Und der erste Platz geht an Larissa Neubauer auf ihrem wunderschönen Knappstrupperhengst Mephisto. Er heißt Mephisto, nicht Mephisto. Entschuldigung. Gratulation, meine Liebe. An den dritten Platz vergeben wir dieses schöne Halfter. Oh, danke schön. Das freut mich aber. So ein blödes Halfter brauch ich doch nicht. An den zweiten Platz vergeben wir eine Decke und ein Halfter. Was? Was? Dieses Ding komme ich? Oh mein Gott. Passen Sie doch auf, das Halfter schleift am Boden. Das kann ich dann später nicht mehr verkaufen, wissen Sie, meine Liebe. Haben Sie sich nicht so Frechheit ist das hier. Erst wird man auf dem zweiten Platz verfrachtet. Hey. Und dann bekommt man dieses widerwärtige Halfter und so eine schäbige, ranzige Decke, die bestimmt nur 100 Euro gekostet hat. Oh mein Gott. Äh, machen wir weiter mit dem ersten Platz. dass dieser einen wunderschönen Putzkasten bekommt von einer sehr besonderen Marke namens Piep und diese Decke. Dankeschön. Bah. Ja, freut mich auch sehr. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao.